Hier sind zwei Eichhörnchen. Mal schauen, wann ich sie verschrecke. Seht ihr die? Ganz klein da vorne. Ich pirsche mich an. Das heißt, ich gehe ganz leise. Ich pirsche mich an. Jetzt müsst ihr die aber sehen, ja. Da hinten. Komm her, ein Schönchen. Ich hoffe, ihr konntet sie ein bisschen erkennen, aber ich wollte einmal ein paar Eichhörnchen filmen. Gerade weil dieses Wort ja so schön ist. Eichhörnchen. 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 Eichhörnchen.